Hätte man mich im März 2020 gefragt, Sina, wo siehst du dich am 30. September 2022? Ich hätte mich überall erwartet, aber nicht hier. Und dann schaust du nach rechts und siehst 90% der Leute um dich herum und die sagen, ja Sina, verstehe ich, ich sehe dich da auch nicht. Ich fühle das nicht, ich sehe dich da nicht. Und dann guckst du nach links und da sind dann so 10% der Leute und diese 10% der Leute, die haben keine Erwartungen an dich, die fragen dich nicht, du fragst sie nicht, sondern die schicken dich einfach dahin, dass du dann am Ende genau dort stehst. Und irgendwie bin ich happy hier zu stehen. Mein Name ist Sina Kemmerling, ich bin mittlerweile Gründerin und Geschäftsführerin von einem kleinen jungen Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe und wir heißen Zindig. Was ich mit euch machen möchte, ist Erwartungsmanagement. Wenn wir immer dorthin gingen, wo uns andere erwarten, verändert sich nichts. Und ich musste diesen Satz schmerzlich spüren in einer der vielen Coaching-Sessions, die ich habe erleben dürfen, als ich mich immer wieder gefragt habe, warum ist denn dein Leben eigentlich so verdammt schwer? Wenn du dir andere anguckst, das ist super leicht, aber deins ist so verdammt schwer. Und dann sagte meine Coachin, ja Sina, das ist auch klar, du bist in einem Umfeld, da sind die Menschen anders, da sind die Themen anders, aber wenn du dahin gehst, wo alle sind wie du, veränderst du nichts. Und deswegen bin ich genau dahin gegangen, wo man mich nicht erwartet hätte. Und ich glieder den ganzen Teil jetzt schön strukturiert. Mittlerweile bin ich nämlich im naturwissenschaftlichen Kontext gelandet. Die Liebenstruktur habe ich mir sagen lassen und ich bringe dazu mit ein Bild, ein paar Zahlen und ein bisschen Humor. Folgt mir in das Jahr 2020. Wir haben einen Hackathon gewonnen, wir waren ein interdisziplinäres Team. Ich war BWLerin und hatte von vielem Ahnung und von nichts so richtig. Wahrscheinlich kennen diese Vorurteile einige unter euch. Ich habe mich aber immer total begeistert für die Menschen, die eben viel Ahnung von ein bisschen Thema hatten, zum Beispiel Ingenieurswesen und Informatik. Also sind wir in den Wettbewerb gestartet und wir haben diesen Wettbewerb für uns gewonnen. Und es schloss sich an den Wettbewerb eine total krasse Zeit an, die ich definitiv nicht erwartet hätte. Wir haben an einer Idee gearbeitet, vielleicht ganz kurz, die drei Maschinenbauer eingereicht hatten, weil die vor einem Problem standen, dass sie dachten, Corona geschaffen sei. Ihre Techniker konnten die Maschinen auf der Welt nicht mehr warten, weil Reisebeschränkungen galten bis nach USA, China und so weiter. Das zugrunde liegende Problem war eigentlich, und wir haben es eben schon gehört, dass Servicetechniker sowieso fehlen, Maschinen sowieso viel zu komplex sind und das ein Themengebiet ist, was nie beackert wurde. Mit unserer Lösung haben wir dann eine Million Euro und ein Forschungsprojekt gewonnen für ein Jahr. Klingt viel, hat sich auch mein Chef gedacht. Der rief mich an dem Abend noch an und meinte, Sina, jetzt hast du ja hier eine Million in der Tasche, kommst du morgen überhaupt noch wieder? Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht und das wissen die anderen auch nicht, weil keiner hat eine Ahnung, was mit dieser Million Euro passiert. Und wer sich mal mit Forschungsprojekten und Förderprojekten hier in Deutschland auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Fördergelder nicht an Einzelpersonen fließen, sondern an Unternehmen und Einrichtungen. Das heißt, dieses Geld ging eigentlich an die Arbeitgeber des Teams, das heißt an mein Unternehmen, was mich dann ein Jahr abgestellt hat. Hingenommen, alles gut, reingestartet und dann habe ich gedacht, jetzt geht es los. Nein, das ist ja alles nicht so einfach hier. Wir hatten also für ein Jahr Projekt und inhaltliche Arbeit 1,5 Jahre Antragstellung vor uns zu Corona-Zeiten. Man kann es sich kaum vorstellen. Digitale Infrastruktur in Behörden war, ich sage mal, ausbaufähig. Wir haben es trotzdem versucht, wir hatten dann 15 Dokumente pro Partner. Ich habe das Projekt dann angefangen zu leiten. Wir waren sieben Partner, mal 15, ich kriege es jetzt im Kopf nicht hin, viel. Dann habe ich beim Projektträger angerufen und habe gesagt, Herr Dr. Meier, so hieß er nicht wirklich, ich habe jetzt hier die Antragsdokumente fertig. Wie kann ich Ihnen das zukommen lassen? Per Mail. Dann sagt er gerne per Post oder per Fax. Da habe ich gesagt, Herr Dr. Meier, ich sitze im Homeoffice, ich habe mich umgeschaut, hier ist kein Faxgerät. Dann sagt er, schicken Sie es per Post. Ich also per Post geschickt, wenn ich ihn dann telefonisch erreichen wollte, ging das nur an zwei Tagen in der Woche. Warum? Die drei anderen Tage waren Homeoffice. Und Homeoffice hieß nicht, dass du per Laptop oder Handy erreichbar warst, du hattest frei. Das heißt, unser Projektträger hatte also drei Tage frei, in den zwei Tagen habe ich ihn vielleicht erreicht. Wie reingestartet? Nach dann Verzögerung, wir hatten mittlerweile 2021. Und was soll ich sagen, nach diesem Jahrprojekt gehörte mir genau nichts. Weil, was ich etwas ignoriert hatte, war, dass man als Einzelperson weder die Gelder bekommt, noch Eigentum hält an dem, was man erarbeitet hat. Es war, glaube ich, Januar 2022. Mein Arzt hat mich rausgeholt. Fünf Wochen Blackout. Weil, wir wollten gründen mit dem Ergebnis. Dann hast du fünf Wochen Zeit, du hast echt viel gemacht, du stehst mit Null da und besinnst dich darauf, was du eigentlich wolltest. Und was ich gewonnen hatte in dem Projekt, war nicht Geld, sondern war eine Person. Und diese Person ist mein heutiger Mitgründer. Und ich kann euch sagen, es ist nicht so, wie man ein Startup erwartet. Und es war auch nicht lieber auf den ersten Blick. Aber, und damit möchte ich auch aufräumen, gründen ist nicht nur wollen, es ist auch können. Und gründen ist nicht nur Chai Latte trinken oder so. Das habe ich, glaube ich, am wenigsten in meiner Gründungsphase getan. Es kommt auch darauf an, was du kannst. Und ich hatte mal die Idee, dass ich, man hat gerade auch gesehen, so intelligente Pflanzkästen baue, so ein Mädchending halt, mit einer Freundin in der Garage. Die Freundin hatte ich auch, den Background auch. Ich bin nämlich sehr ländlich aufgewachsen. Bei uns gab es sehr viel Garten und sehr viel Pflanzen, sehr viel Gemüse. Im Winter meistens Grünkohl, weil er wächst, auch wenn es kalt ist. Ich die Idee, aber mir fehlte jegliche Kompetenz. Ich hatte bis dahin kein LinkedIn, kein Social Media, kein Zugang zum Consumer Market. Aber was ich hatte, war halt eine Beratungserfahrung im Industriekontext. Also habe ich gedacht, nimmst du diesen Menschen, deinen Mitgründer, nimmst du wenigstens den Bruchteil der Idee, die du erarbeitet hast, und gründest halt daraus. Zweite Sache, mit der ich aufräumen oder die ich ausräumen möchte, Gründen ist weder finanzielle Freiheit noch finanzieller Nahtod. Also es ist nicht extrem. Finanzielle Freiheit, so stellt man sich das ja vor. Nach drei Jahren verkauft man das Ding für eine Milliarde, dann kauft man sich irgendwie eine Insel und schildert sich irgendwo hin und dann ist alles gut. Ich habe vor anderthalb Wochen die Gründerin von Outfittery getroffen, eine der wirklich beeindruckendsten Gründerinnen, die wir hervorgebracht haben in Deutschland. Die ackert seit zehn Jahren immer noch. Hat das Unternehmen jetzt in die Profitabilität gebracht und denke halt nicht daran, aufzuhören. Ich bezweifle, dass sie sich eine Insel gekauft hat in der Zwischenzeit übrigens. Jetzt ist Gründen aber auch nicht finanzieller Nahtod. Ich habe mich dann also aus meinem Arbeitsverhältnis verabschiedet, gekündigt und mich arbeitslos gemeldet. Das muss man auch erst mal machen. Und dann geht man aufs Amt, also mit Behörden hatte ich es ja eh super gerne, und dann stellst du dich vor und sagst, ich würde ganz gerne Arbeitslosengeld beziehen und dann schaut dich jemand an und sagt, klar, waren Sie schon mal Kunde bei uns? Und dann sage ich, nee, eigentlich nicht und ich wollte jetzt auch nicht lange bleiben, aber ich hätte ganz gerne einfach finanziellen Support. Dann ist das so, dass du auch in Deutschland Gründungszuschuss beantragen kannst, aber nur, wenn du für den Arbeitsmarkt unvermittelbar bist. Da habe ich gedacht, oh, wie kriege ich das jetzt hin? Also du musst da Bewerbungen schreiben, um Absagen zu bekommen, um zu beweisen, dass du absolut unvermittelbar bist. Und ich würde behaupten, das war ich so eigentlich nicht ganz. Ich habe es aber trotzdem hinbekommen, mir dann drei Absagen einzufangen. Vielleicht war es Zufall, vielleicht Kalkül. Und beantrage jetzt gerade den Gründungszuschuss und das lässt sich überleben. Letzter Punkt, Gründen ist Start-up und Mittelstand. Warum bringe ich das? Über Ostwestfalen, Südwestfalen liegt ein Schleicher. Voller Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen Partei. Aktuell beliefern wir mittelständische Maschinenbauer, die sagen, Start-up wollen nur verkaufen. Was ist das überhaupt? Die können ja gar nicht mehr richtig arbeiten. Start-ups verurteilen Mittelständler dafür, dass das die letzte Gruppe der Industrie ist, die wir hier in Deutschland haben, die sich überhaupt verändern lässt. Dabei steht doch hinter beidem eigentlich ein super kleines Team und extrem viel Verantwortung. Und wofür ich nicht aufhöre zu kämpfen ist, dass wir einfach zusammenarbeiten, weil die großen Unternehmen haben die Ressourcen intern. Wir beide Parteien nicht. Und warum geht es also nicht zusammen? Das habe ich mir gedacht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich hoffe, ihr konntet der Struktur folgen. Also Punkt Nummer drei, Tech. Jetzt bin ich eine von fünf Prozent, das habe ich vorgestern gelesen, die im B2B-Tech-Bereich als Gründerin aktiv ist und vermeintlich Geld vom Kapitalmarkt beziehen darf. Jetzt erklärt sich mir auch, warum mein Leben so verdammt schwer erscheint. Das ist echt nicht viel. Tech habe ich mir mal so vorgestellt, also Informatiker, Ingenieure, wie gesagt, diese Fachexperten, wenig Frauen und harte Fakten. Dann kommst du da rein als emotionaler Mensch, also ich hatte ja Keyboard gespielt in einer Rockband, singen und so kann ich nicht gut, aber mache ich gerne und versuchst, die Welt zu verändern. Und dann wird dir als erstes gesagt, du hörst ja oft Ratschläge, Sina, wenn du in den Vertrieb gehst, im Ernst, hol dir einen Mann, hol dir irgendeinen, der so alt ist wie dein Vater, der so aussieht wie deine Kunden, das bringt nichts. Und da habe ich gedacht, danke für den Ratschlag, aber nein. Weil Sales, und das könnt ihr nachlesen, ist zu 70 Prozent zuhören. Wer in der aktuellen Zeit hat denn Lust, eine zwei Stunden Powerpoint-Schlacht über irgendwelche Produktfeatures zu erleben, wo uns Krise über Krise über Krise übermannt. Das heißt, 70 Prozent zuhören, ist vielleicht auch was, was Frauen liebt. Und aktuell stelle ich gerade die zweite bei uns ein und wir machen zu zwei Mädels Vertrieb im Maschinenbau. Ich habe immer gedacht, wie kam das, dass du den ersten Kunden so schnell gewonnen hast, war bestimmt Glück. Nein, vielleicht war es das. Mir hat man auch gesagt, Sina, versuch nicht, Wissenstransfer im Maschinenbau zu machen, weil Maschinenbauer wollen das grundsätzlich nicht. Jetzt liegen ja zwei Jahre zurück, also wir sind im Jahr 2022, wir haben zwei Jahre lang den Maschinenbau adressiert und zwei Jahre lang mit Wissensmanagement beschäftigt, dann haben wir ja also grundsätzlich was falsch gemacht. Es ist nämlich so, dass der Mensch herausfordernder im Umgang ist als Maschinen. Mir macht der Umgang mit Menschen aber mehr Spaß als mit Maschinen. Und es war auch mein Impuls zu sagen, wenn wir ein Fachkräftethema haben und wenn Fachexperten im Service gehen, helfen uns dann Maschinendaten alleine oder beschäftigt sich bitte einmal jemand mit dem Menschen, der vor der Maschine steht. Und was damals mehr oder weniger mal ein Widersetzen gegen alle Ratschläge war, ist heute unser Alleinstellungsmerkmal, weswegen wir zum Beispiel Kunden und Geld bekommen und andere nicht. Aber das hat mir damals keiner geglaubt. Was ich sagen will ist, hört schon auf Ratschläge anderer. Guckt nur, dass es die 10% sind, die links von euch stehen und die wollen, dass ihr erfolgreich werdet. Die euch nicht fragen, die keine Erwartungen an euch haben, sondern euch einfach mal woanders hinschicken. Und das Wasser ist kalt und ihr lernt schwimmen. Aber kämpft dafür. Und ich gehe erst, wenn sich Dinge verändern, wenn aus 5% 10% werden und wenn ich junge Menschen und Mädels dafür begeistern kann, in den Bereich Tech zu gehen, in die Gründung zu gehen und vor allem eins zu verändern, die Erwartungen der anderen an euch. Danke. Vielen Dank.